Guten Tag meine Damen und Herren, dann seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt oder besser einem weiteren Bibelstudium der Kirche des ewigen Gottes. Denn ich möchte heute mit unserer Serie über die Welt der Engel fortfahren. Wir hatten ja im ersten Teil bereits einiges Grundwissen über Engel erworben und hatten dann auch bereits begonnen, uns mit den Rangordnungen innerhalb der Engelwelt zu befassen. Und wir hatten in der Tat gesehen, dass es verschiedene Rangordnungen und auch Funktionen innerhalb der Engelwelt gibt. Wir hatten zum Beispiel von den Erzengeln gehört und Michael wird ausdrücklich ein Erzengel genannt. Es ist auch möglich, dass Gabriel ein Erzengel ist. Wir hatten dann von den Seraphim gehört und auch von den Cherubim. Und heute möchte ich mit weiteren Rangordnungen innerhalb der Engelwelt fortfahren und dann aber auch näher auf ihr Aussehen eingehen. Denn da gibt es sehr viele verwirrte Menschen, die sich irgendwelche Ideen zurechtgelegt haben, wie so die Engel aussehen. Ideen, die mit der Bibel keineswegs im Einklang stehen. Okay. Zunächst einmal gibt es eine weitere Kategorie, die in der Bibel ausdrücklich erwähnt wird. Und Sie finden diese Kategorie im Buch der Offenbarung beschrieben. Und zwar im vierten Kapitel, Offenbarung Kapitel 4. Und ich möchte hier kurz die Verse 6 bis 9 lesen, um sie auf diese Kategorie hinzuweisen. Das ist in Offenbarung Kapitel 4, angefangen in Vers 6. Es geht ja hier darum, dass Johannes in einer Vision in den Himmel versetzt wurde. Und er sieht dort die Himmelwelt, er sieht den Thron Gottes und er sieht natürlich auch viele Engel dort. Und da heißt es hier in Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorn und hinten. Nun, das sind in der Tat Engelwesen. Es heißt hier, und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Vers 8. Die sind scheinbar Engelwesen, die den Seraphim ähnlich sind, aber doch gibt es hier gewisse Unterscheidungsmerkmale. Sodass es in der Tat möglich ist, dass es hierbei um eine besondere Kategorie von Engeln handelt. In Offenbarung Kapitel 6 und in Vers 1, da heißt es, dass diese Engelwesen, diese vier Gestalten, wie mit einer Donnerstimme sprechen können. Also die haben sehr gewaltige Macht scheinbar, die ihnen gegeben wird. Denken wir daran, diese vier Gestalten werden beschrieben. Eine Gestalt sieht wie ein Löwe aus. Eine Gestalt, wie es hier heißt in Vers 7, sieht wie ein Stier aus. Eine sieht aus wie ein fliegender Adler. Und eine Gestalt hat das Antlitz eines Menschen. Also hier wird nicht unbedingt gesagt, dass die aussehen oder auch diese Gestalt, dass sie aussieht wie ein Mensch, aber sie hat das Antlitz eines Menschen. Nun, wir müssen es uns natürlich so vorstellen, das sind Geistwesen. Wenn sie sich manifestieren, dann haben sie so das Aussehen. Sie sind also nicht Tieren nachgebildet, denn die Geistwesen bestanden ja bereits, bevor es überhaupt eine physische Welt gab. Wenn man das also so betrachten will, dann sind zum Beispiel viele der Tiere Geistwesen nachgebildet worden von Gott, nicht umgekehrt. Und dann wird in der Bibel von einer weiteren Kategorie gesprochen. Und zwar werden sie die 24 Ältesten genannt. Nun, einige meinen, es handelt sich hierbei um Menschen, die nach ihrem Tod in den Himmel eingegangen sind und die dort jetzt als 24 Älteste im Himmel leben, zusammen mit den Engeln. Das ist keineswegs der Fall. Die Bibel lehrt nämlich eindeutig, dass wenn ein Mensch stirbt, dann ist er tot. Er schläft den Schlaf des Todes und er muss auferweckt werden von diesem Schlaf. Und diejenigen, die in Christus gestorben sind, die werden auferweckt werden zum Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Keine Seele geht in den Himmel oder geht zur Hölle oder in ein Fegefeuer nach seinem Tode. Diese Idee ist keineswegs biblisch. Die Bibel lehrt sie nicht. Das orthodoxe Christentum hat diese Idee, wie so viele ihrer Ideen, direkt aus dem Heidentum übernommen. Aber biblisch gesehen ist das keineswegs der Fall. Und so lesen wir, dass es eben 24 Älteste gibt, die eben dann Engelwesen sind, sein müssen, weil eben keine Menschen im Himmel leben. Und so lesen wir in Offenbarung 4 und in Vers 4. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das sind also sehr mächtige Engelwesen. Vers 10. Wir hatten gerade gelesen, wenn die vier Gestalten Preis und Dank und Ehre geben, Vers 10, dann fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Krone nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Also diese Engelwesen, die Kronen haben, beten Gott an, erkennen Gott als ihren Herrscher an, erkennen an, dass Gott sie auch geschaffen hat. Und dann lesen wir in Kapitel 5 und in Vers 11. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und also hier werden diese 24 Ältesten in Zusammenhang gesetzt mit diesen vier Gestalten, andeutend, dass auch diese Kategorie sehr große Macht hat, eine Vorrangstellung hat, unter all den anderen Engeln, die dann hier erwähnt werden. Auch in Offenbarung Kapitel 7 und in Vers 11. Offenbarung Kapitel 7 und Vers 11. Da heißt es, und alle Engel, auf die kommen wir noch zu sprechen, standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Also hier werden ausdrücklich diese 24 Ältesten erwähnt und die vier Gestalten, die also scheinbar eine Vorrangstellung haben unter den Engeln. Jetzt gibt es noch eine weitere Kategorie von Engeln, die auch hier mehrfach erwähnt werden, auf die wir nachher noch mit großer Eindringlichkeit zu sprechen kommen werden, aber hier so als Einleitung, um eben diese Rangordnungen zu betrachten. Schauen wir uns einmal eine Stelle an in Offenbarung Kapitel 5 und Vers 6. Offenbarung Kapitel 5 und in Vers 6. Da heißt es, ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Nun, das ist eine Bezeichnung natürlich auf Jesus Christus. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Also hier werden die Augen mit sieben Geistern oder Geistwesen identifiziert, die natürlich eine sehr enge Beziehung haben zu Jesus Christus, die gesandt sind in alle Lande. Nun, das wird häufig in der Bibel besprochen. Es ist möglich, dass es sich hierbei um die Engelwesen handelt, die auch in Offenbarung Kapitel 8 beschrieben werden. Offenbarung Kapitel 8 und angefangen in Vers 2. Da heißt es nämlich, in Offenbarung Kapitel 8 und Vers 2, Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen. Also ganz spezifische Engelwesen. Und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und dann lesen wir, dass es diese Engel sind, die dann diese sieben Posaunen blasen. Und wenn sie die sieben Posaunen blasen, dann werden gewaltige Dinge entstehen. Und möglicherweise, ich sage jetzt ausdrücklich möglicherweise, handelt es sich hierbei auch um die Engel, die in Offenbarung 10 beschrieben werden. In Offenbarung Kapitel 10 und die Verse 3 und 4. Hier wird ein Engel beschrieben, es heißt hier, er schrie mit großer Stimme, Offenbarung 10 und Vers 3, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimmen. Aber das waren nicht gewöhnliche Donner. Es heißt nämlich, und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Und da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Also hier werden auch Engelwesen beschrieben, die hier als die sieben Donner beschrieben werden. Und wir hatten ja gelesen, dass hier Engel mit Donnerstimme sprechen können. Also es könnte durchaus sein, dass es sich bei diesen sieben Geistern, diesen sieben Augen, um die sieben Engel handelt, die die Posaunen blasen werden, und um diese sieben Donner. Nun, diese sieben Geistwesen, die werden auch in anderen Stellen erwähnt. In Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und in Vers 20. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 20. Da wird nämlich Jesus Christus wiederum erwähnt. Der hat sieben Sterne in seiner Hand. Und da heißt es hier, das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, mit meiner rechten Hand oder in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Also hier wird die Kirche Gottes beschrieben. Die wird in sieben Gemeinden aufgeteilt. Es geht hier auch unter anderem auch darum, dass es sieben Kirchen-Äras geben würde, seit der Zeit von Johannes bis hin zur Wiederkunft Christi. Und jede dieser Ära scheint einen Engel zu haben, der besonders für sie eintritt. Denn wir hatten ja auch bereits gelesen, dass Michael, der große Erzengel, für das Volk Gottes eintritt und so weiter. Aber hier werden diese sieben Engel mit sieben Sternen verglichen. Wir hatten bereits gesehen, vielfach bezeichnet die Bibel die Engel als Sterne in symbolischer Hinsicht. Und das heißt, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Also hier werden immer wiederum von sieben Engelwesen gesprochen, von sieben Augen, von sieben Geistwesen. Und wenn wir uns nachher mit dem Aussehen der Engel beschäftigen, dann werden wir sehen, wie diese sieben Engelwesen aussehen. Hier wird das nicht erwähnt, aber in anderen Stellen wird es erwähnt. Und die sehen ganz anders aus, als sich die meisten Menschen dies vorstellen. Und dann gibt es natürlich noch, wie die Bibel sagt, eine weitere Kategorie von Engel. Und das sind alle die Engel, die bislang noch nicht erwähnt worden sind. Die Tausenden, zigtausenden von Engeln, die es eben gibt. Und vielfach wird das deutlich gemacht. Zum Beispiel lesen wir in Offenbarung Kapitel 12. Wir hatten dies bereits in der letzten Sendung gesehen. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 7. Es geht hier um einen Krieg, der im Himmel stattfindet, zwischen dem Erzengel Michael und dem gefallenen Luzifer, der zu Satan wurde. Aber schauen wir uns noch einmal an, wie das hier gesagt wird. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel Michael und seine Engel. Also das sind die Engelwesen, die nicht in eine dieser verschiedenen Kategorien fallen. Die werden ganz allgemein so als Engel beschrieben. Michael und seine Engel, die kämpfen gegen den Drachen, der Teufel. Und der Drache kämpfte und seine Engel, die Engel des Teufels, die werden natürlich auch als Dämonen beschrieben oder als böse Geister. Und wie ich sagte, wie wir das eben gerade noch gesehen hatten, werden Engel vielfach als Sterne beschrieben, in symbolischer Hinsicht. Nun, im Buch Hiob, schauen wir uns diese Stelle kurz an, da wird nämlich etwas Interessantes gesagt über diese Engelwesen. Die werden nämlich auch hin und wieder, aber sehr selten nur, als Gottessöhne beschrieben. Nun, man darf das nicht mit Menschen verwechseln, aber letztendlich sind ja auch die Engel geschaffene Wesen Gottes. Und von daher gibt es gewisse Ausnahmestellen, die auch die Engel als Gottessöhne bezeichnen. Wie zum Beispiel in Hiob Kapitel 1 und in Vers 6. Da heißt es, es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen vor den Herrn und sie traten vor den Herrn und der Satan kam auch unter ihnen. Hier sind mit den Gottessöhnen keine Menschen gemeint, sondern eben Engelwesen. Aber schauen wir uns an, wie die auch noch beschrieben werden in Hiob Kapitel 38. Hiob Kapitel 38 und in Vers 7. Da fragt nämlich Gott den Hiob, der sich für so weise hielt und für so gerecht und er meinte, alles besser zu verstehen als Gott. Wo warst du denn eigentlich, als ich die Erde gegründet habe? Hast du die Erde gegründet? Und dann stellt er folgenden Vergleich an. Er sagt, worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt im Vers 6? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne? Schauen Sie, hier wiederum werden die Engel als Gottessöhne bezeichnet. Denn als Gott die Erde schuf, gab es noch keine Menschen. Aber die Gottessöhne, die Engelwesen, die jauchzten vor Freude, weil die Erde nämlich in einem herrlichen Zustande geschaffen worden war. Die wurde ja nicht in einem Zustand vor Wüstung geschaffen. Sie wurde dadurch verwüstet, als Satan und seine Engel in eine Rebellion gingen gegen Gott. Aber zunächst einmal wurde es in einem herrlichen Zustande erschaffen. Und hier heißt es, dass die Gottessöhne ihm dafür danken, vor Freude jauchzen, aber auch die Morgensterne. Morgensterne scheinbar ein Hinweis auf hochrangige Engel. Es gibt also nicht nur einen Morgenstern. Christus wird auch als der Morgenstern bezeichnet. Aber es geht eben auch um Engel, die auch, hochrangige Engel, die auch scheinbar hier mit Morgensternen verglichen wird. Wie gesagt, Engel werden vielfach als Sterne beschrieben. In Offenbarung Kapitel 9 lesen wir eine weitere interessante Stelle. Und man muss natürlich dies auch begreifen. Wenn man solche Stellen liest, dann muss man verstehen, wie sie gemeint sind, wenn wir verstehen, dass die Bibel die Bibel identifizieren und interpretieren muss. Und so lesen wir hier in Offenbarung Kapitel 9, angefangen in Vers 1. Und der fünfte Engel blies seine Posaune, möglicherweise einer von diesen sieben Engeln, von denen wir eben sprachen. Und ich sah einen Stern. Nun, das ist kein gewöhnlicher Stern. Ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm, diesem Stern, wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Also hier wird ein Engelwesen beschrieben, der mit einem Stern verglichen wird. Und er, dieser Stern, dieses Engelwesen, der tat den Brunnen des Abgrunds auf. Und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert, die Sonne und die Luft, von dem Rauch des Brunnens. Und dann, wenn wir diese Stelle weiterlesen würden, werden wir sehen, dass es hier um einen gewaltigen Krieg geht, der dann ausbrechen wird. Also hier wiederum wird ein Engel mit einem Stern verglichen. Interessant ist nun, und ich hatte dies in der letzten Sendung bereits angedeutet, dass Gott allen Sternen, allen physischen Sternen, die er erschaffen hat, Namen gegeben hat. Und wir haben jetzt erst gehört, wie viele Sterne es scheinbar gibt. Weitaus mehr, als das sich die Wissenschaftler bislang vorgestellt haben. Und Gott hat die alle erschaffen. Die sind nicht so durch diesen Big Bang oder was immer entstanden. Gott hat die erschaffen. Schauen Sie. Und in Jesaja Kapitel 40, ich weiß, wenn ich das sage, dann mache ich mich bei gewissen Wissenschaftlern lächerlich, die davon ausgehen, dass das Universum sich selber erschaffen hat und einen weiteren Unfug wie solchen da verbreiten wollen. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, was die Bibel sagt. Und ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, was von Gott inspiriert ist und das die Wahrheit enthält. Und wenn Wissenschaftler mit irgendwelchen Ideen kommen, die der Bibel widersprechen, dann weiß ich, wem ich da zu glauben habe. Jesaja Kapitel 40 und Vers 26. Das ist das, was Gott uns sagt, wenn wir Ohren haben zu hören und Augen zu sehen. Jesaja Kapitel 40 und Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Es geht hier um das Himmelsherr sozusagen, es geht um das Universum, es geht um die Sterne, die Planeten, alles das, was erschaffen worden ist. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Und wir lesen ja auch in der Bibel nachher, dass Christus durch sein gewaltiges Wort das Universum zusammenhält. Schauen Sie, es geht darum, dass Gott alles dies erschaffen hat, aber auch, dass er die Sterne, die er erschaffen hat, mit Namen benennt. Und in Psalm 147. Psalm 147. Meinen Sie, das sei naiv, so etwas zu glauben? Meinen Sie, wir müssen alles dies ablehnen und sagen, ja es gibt eigentlich keinen Gott oder wenn es einen Gott gibt, naja wer weiß, was der so macht. Und wir glauben lieber den Wissenschaftlern, die uns sagen, alles dies ist so entstanden durch Natur, Katastrophen oder Zufälle oder was auch immer. In Psalm 147 und Vers 4. Hier wird wiederum etwas über Gott gesagt. Er zählt die Sterne und er nennt sie alle mit Namen. Vers 5. Der Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, ja für Wissenschaftler mit Sicherheit, wie er regiert. Die können uns nicht erklären, wo Gesetze herkamen, die das Universum zusammenhalten. Sie wissen alle, es gibt diese Gesetze. Das ist für die unbegreiflich, weil sie ja davon ausgehen, dass es vielleicht gar keinen Gott gibt. Aber Gott sagt uns deutlich in seinem Wort, wie dies alles zu verstehen ist. Aber wie Gott diese physischen Sterne mit Namen benennt, so scheint die Bibel auch anzudeuten, wie wir das in der letzten Sendung bereits gesehen haben, dass Gott auch alle Engel, die ja auch mit Sternen manchmal symbolisiert werden, mit Namen benennt. Und wie gesagt, hochrangige Engel werden auch als Morgensterne bezeichnet. Ich möchte hier kurz ein bisschen ausschweifen und etwas hier erwähnen, was gerade auch in dieser sogenannten Weihnachtszeit vielleicht von interessanter Bedeutung ist. Wir wissen alle, dass das Weihnachtsfest kein christliches Fest ist oder sollten das zumindest wissen, dass es aus dem Heidentum übernommen wurde. Dass es ein Fest war, das zu Ehren des Sonnengottes Sol und anderer Sonnengätter wie Ates und Mithra und so weiter und so fort gefeiert wurde. Aber da gibt es ja immer auch die Geschichte von dem Stern von Bethlehem. Und natürlich hat das mit Weihnachten nichts zu tun, aber diese Stelle wird immer zum Weihnachten, also während des Weihnachtsfestes sozusagen gelesen. Und da meinen einige, es war eine astronomische Erscheinung und einige haben sogar versucht, das irgendwie zu berechnen und dann daraus zu berechnen, wann Christus geboren worden ist. Der Stern war kein gewöhnlicher Stern. Schauen Sie, der Stern ging vor den Weisen her und führte sie und hat dann über dem Haus gestanden, keine Krippe mehr oder keinem Stall, einem Haus, in dem dann Jesus Christus und die Eltern waren. Das war ein Engelwesen, wie die Bibel ja auch vielfach, wie ich bereits gezeigt habe, an vielen Stellen von Engeln spricht und sie mit Sternen vergleicht. Das war eindeutig ein Engelwesen, der den Weisen erschienen ist, der dann wieder in Jerusalem erschien und der sie dann zu dem Haus geführt hat. Also diese ganze Idee, man könne das irgendwie jetzt astronomisch berechnen und dann zu sehen, wann da so gewisse Sterne und Planeten in gewisser Konstellation gewesen sind und von daher dann zu meinen, man könnte berechnen, wann Christus geboren ist. Totaler Unfug! Totaler Unfug! Aber dieser Unfug resultiert eben davon her, dass die Menschen nicht verstehen, was die Bibel lehrt. Eine wichtige Lehre, die wir aus alledem bereits ziehen sollten und müssen, ist, dass wir zunächst einmal das akzeptieren müssen, was uns die Bibel lehrt und uns nicht von irgendwelchen Ideen verwirren lassen, die von Menschen erfunden worden sind. Aber wir werden im weiteren Verlauf dieser Bibelstudien und dieser Bibelstudien vieles lernen über Engel. Die gewaltige Macht, die gewaltige Kraft, die die Engelwesen haben, weitaus gewaltiger, weitaus mächtiger als irgendein Mensch. Und man könnte sich dazu verführen lassen, dass man dann beginnt, irgendwie Kontakt aufnehmen zu wollen zu der Engelwelt und möglicherweise sogar die Engel anzubeten. Nun, viele haben das in der Tat getan, aber die Bibel warnt uns eindeutig davor, dies nicht zu tun. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Buch der Offenbarung an, in Offenbarung Kapitel 19. In Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 10. Hier ist ein gewaltiger Engel, der dem Johannes ja in der Vision erschien und der ihm die gewaltigen Dinge gezeigt hat. Und selbst Johannes, der Apostel, der eine sehr enge Beziehung zu Christus hatte, wie wir ja im Johannes-Evangelium lesen, der war geneigt, den Engel anzubeten. Der war so überzeugt davon, dass dies richtig sein müsste. Und schauen wir uns an, was der Engel hier dem Johannes sagte und was er uns heute sagt. In Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 10. Ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tue es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht. Und darauf werden wir doch eingehen, eine der wichtigsten Funktionen der Engelwelt. Mitknecht zu sein. Der Berufenden. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Gott ist der Einzige. Und wir wissen, es ist ja Gott eine Familie, die aus zur Zeit Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn besteht. Die sind die Einzigen, die würdig sind der Anbetung. Kein anderes Wesen. Ob es sich hierbei um einen Engel handelt oder um einen Menschen. Denn viele Menschen haben ja auch in der Vergangenheit andere Menschen angebetet und gemeint, die seien Götter oder Gott ähnlich oder stehen an Gottes Stadt. Bete Gott an. Keine Heiligen. Keine Menschen. Und keine Engel. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung, sagt er dann noch. Und man möchte jetzt meinen, nachdem diese eindringliche Warnung an Johannes ergangen ist, dass er dann die Lektion begriffen hätte. Aber leider war das nicht der Fall. Denn in Offenbarung Kapitel 22 ist er erneut versucht, ich sage versucht ganz bewusst, den Engel anzubeten. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 8. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 8, ein paar Kapitel später. Das heißt hier, und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, da fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Vers 9. Und er spricht zu mir, tu es nicht. Zweimal wird hier diese Warnung ausgesprochen. Denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Also dieser Engel sagt uns hier schon etwas über seine Funktion. Er ist der Mitknecht derjenigen, die wie die Propheten, wie Johannes, wie die anderen Christen, das glauben und dann auch danach leben, was in der Bibel geschrieben steht. Nun, es gibt aber auch eine weitere Warnung, auf die ich hier eingehen möchte. Und die Warnung ist die, dass man vielleicht nicht unbedingt jetzt Engel anbeten will, aber dass man meint, man möchte mit denen so gern in Kontakt treten. Wird das nicht wunderbar, wenn wir irgendwie jetzt eine Kommunikation herstellen könnten, zwischen uns und der Engelwelt? Das ist eine Versuchung, die ebenfalls in der Bibel klar und deutlich verurteilt wird. Verurteilt wird. Wir sollten dies niemals versuchen. Im Kolosserbrief gibt es nämlich eine Stelle, wo das einige versucht haben. Und wo Paulus sie dafür ausschimpft und sagt, das ist etwas, was absolut nicht getan werden soll. Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2 und Vers 18. Zunächst einmal in der Lutherbibel eine etwas vage und unglückliche Übersetzung, aber da heißt es hier wie folgt. Kolosser Kapitel 2 und Vers 18. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, diesen Siegespreis, die Krone, die bereit liegt für uns, wenn wir uns als würdig erweisen, der sich gefällt, also hier warnt er vor denen, die jetzt kommen könnten, jemanden davon abzubringen, diesen Siegespreis zu behalten. Das sind solche oder solche, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel, schauen Sie, der gefällt sich daran, dass er die Engel verehrt und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Nun, Luther schreibt hier, der sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Andere Übersetzungen machen das viel deutlicher. Zum Beispiel schreibt die Zürcher Bibel hier wie folgt, der sich auf Dinge einlässt, die er gar nicht gesehen hat. Man kann hier Engel nicht sehen, schauen Sie. Aber er lässt sich auf Dinge ein, die er nicht gesehen hat. Und die neue King James Bibel schreibt hier, der in dringe Dinge eindringt. Die er nicht sehen kann. Darum geht es. Man versucht in Dinge einzudringen, in die Geisteswelt, die Engelwelt einzudringen, die man natürlich mit seinem menschlichen Auge nicht sehen kann. Aber die Versuchung ist da. Und Paulus sagt, ihr sollt euch nicht in solche Dinge einlassen, ihr sollt die Engel nicht verehren und auch gar nicht versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Die meisten Kommentare und die meisten Übersetzungen sagen uns auch, dass es hier vom Griechischen her darum geht, dass jemand versucht, mit der Engelwelt Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel schreibt die Revised English Bible, und ich übersetze das jetzt aus dem Englischen ins Deutsche, die schreibt, nehmt nicht auf Kontakt zur Geisteswelt oder der Welt der Visionen. Schauen Sie, es geht darum, dass man nicht versuchen sollte, Kontakt aufzunehmen mit der Geisteswelt. Denn wie ich in der letzten Sendung bereits angedeutet habe, sind Engel Wesen von Gott gesandt, wenn Gott sie uns schickt, die eine Botschaft uns verkünden, mit sehr knappen Worten, und dann sich aber nicht weiter einlassen überhaupt auf Gespräche. Diejenigen, die sich gerne einlassen wollen auf Gespräche mit uns, das sind die gefallenen Engel. Das sind die Dämonen. Und das Problem ist eben das, dass wenn man sich versucht, auf die Geisteswelt einzulassen, man sich sehr leicht auf die falsche Art von Geisteswesen einlassen kann. Und die Geisteswesen, von denen ich hier spreche, von denen die Bibel warnt, die gefallenen Engel, die Dämonen, die werden in der Bibel auch häufig als, im Englischen heißt es, familiar spirits beschrieben. Mit anderen Worten, Geisteswesen, die sich gerne mit uns auf einer gleichen Ebene zunächst einmal scheinbar unterhalten wollen. Eine sehr große Gefahr. Wie ja auch Goethe sehr deutlich gesagt hat, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Rufen sie keine Geister zu sich. Denn die Gefahr ist eben die, dass sie sich da an die falsche Kategorie wenden. Und Gott will das sowieso auch nicht, dass sie sich sogar an die richtige Kategorie wenden. Wenn Gott ihnen durch Engelwesen irgendetwas beibringen will, dann wird das ganz deutlich sein. Ich gehe davon aus heute, dass das nicht häufig geschieht. Aber die Zeit wird schon noch kommen. Aber seien wir vorsichtig und meinen wir nicht, dass wir klüger sein könnten als Gott und diese Warnungen in den Wind schlagen. Und es gibt natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Die Tatsache, dass wir uns nicht auf die Geisteswelt einlassen sollen, dass wir nicht versuchen sollen, Kontakt aufzunehmen von uns aus, bedeutet keineswegs, dass wir in irgendeiner Form die Engel in respektloser Weise selbst in unserem Geist behandeln sollen. Das sind mächtige, von Gott geschaffene Wesen. Wie ich sagte, diese Idee, die man manchmal ja auf Gemälden sieht, dass also zum Beispiel die sehr mächtigen Cherubim oder Cherubim, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, eingehender zu sprechen kommen werden, dass die so mit kleinen, pausbäckigen, nackten Babys verglichen werden, das ist absoluter Disrespekt. Das ist eine Verunglimpfung der Engelwelt. Und diejenigen, die das so dargestellt haben, die werden schon auch Rechenschaft dafür abgeben müssen, dass sie in gewisser Weise eine Lästerung, absolute Lästerung vorgenommen haben. Und viele, die sich diese Bilder kaufen und sich in ihre Häuser dann stellen oder an die Wand stellen oder an die Wand befestigen, die sollten sich einmal überlegen, was sie da eigentlich tun. Denn so sehen die Engel keineswegs aus. Aber wie ich sagte, man soll die Engel in keinster Form, in keinster Weise mit Disrespekt behandeln. Schauen wir uns einmal Judas an. Judas hat hier nur ein Kapitel. Und Vers 8. Judas und Vers 8. Da heißt es nämlich, Judas in Vers 8, ebenso sind auch diese Träumer, hier wird jetzt von Menschen gesprochen, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Die die himmlischen Mächte lästern. Es geht in der Tat um Menschen, die Lästerungen vorbringen gegen die himmlischen Mächte. Nun, das kann Gott mit einschließen, aber auch die Engelwelt. Nun, ist das denkbar? Ist das möglich, dass jemand wirklich die Engelwelt lästert? Nicht nur ist es möglich, es ist oft vorgekommen. Es wird von Atheisten laufend getan. Aber schauen wir uns einmal eine Prophezeiung an. Im Buch der Offenbarung im 13. Kapitel. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 6. Es geht hier um eine Persönlichkeit, die noch auf der Weltbühne erscheinen wird. Sie wird hier das Tier genannt. Eine sehr charismatische Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die ein politischer und auch militärischer und auch wirtschaftlicher Führer darstellen wird. Und zwar eine Persönlichkeit, die in Europa auftreten wird und wie ich meine, in gar nicht allzu fernher Zukunft. Und hier wird etwas über dieses Tier gesagt, dieses Wesen, diesen Menschen. Es handelt sich hier um einen Menschen, um keinen Geisteswesen. in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 6. Da heißt es nämlich über diesen Menschen wie folgt. Aber es wird hier wie ein Tier beschrieben. Es tat sein Maul auf, zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen, den Namen Gottes, des wahren Gottes und sein Haus, alles das, wofür er steht. Wir wissen hier, dass es im Himmel einen Tempel sogar gibt. Und die im Himmel wohnen. Also die Engelwesen. Die werden von diesem Tier gelästert werden. Nur wie genau das geschehen wird, müssen wir noch abwarten. Aber es wird laut Bibel zu Lästerungen kommen, dieses Tieres, gegen den wahren Gott und gegen die, die im Himmel wohnen. Es geht hier nicht um Menschen, denn da wohnen keine Menschen im Himmel. Es geht hier um die Engelwelt. Wie ich sagte, die Engelwelt, die Geisteswelt, ist für uns, für unsere menschlichen Augen unsichtbar. Es sei denn, dass sie sich uns gegenüber manifestieren. Und die Bibel beschreibt auch viele dieser Manifestationen. Und wenn sich die Engel manifestieren, dann manifestieren sie sich vielfach in einer Weise, die vielleicht überraschend für uns sein mag. Nun, die Stellen, die wir jetzt lesen werden, zeigen uns, laut Bibel, das Aussehen der Engel, wie sie in der Geisteswelt aussehen und wie sie sich dann, meistens in Visionen, den Menschen gegenüber manifestieren. Und das gibt uns dann auch einen Hinweis darauf, wie Engel wirklich aussehen und nicht auf Ideen, wie wir uns dann abzustellen haben oder dass wir uns irgendwie jetzt vorstellen könnten, wie so einige in ihrer Fantasie die das so dargestellt haben. Da gibt es nämlich eine interessante Stelle im Buch Daniel. Zunächst einmal fangen wir mit dem Buch Daniel an. Und zwar in Kapitel 8. Daniel, Kapitel 8. Denn Daniel gibt uns hier eine Beschreibung eines sehr mächtigen Engelswesens. Und wie wir noch sehen werden, ist das der Engel Gabriel, der möglicherweise sogar ein Erzengel ist. Nun, wie wir sehen, sieht er scheinbar wie ein Mensch aus. Er hat also menschenähnliche Formen. Aber er ist keineswegs ein Mensch. Und seine Gestalt wird auch so beschrieben, dass er keineswegs hier sich wie ein gewöhnlicher Mensch darstellt. Daniel, Kapitel 8, angefangen in Vers 15. Daniel 8 und angefangen in Vers 15. Und als ich Daniel dies Gesicht sah, nun, wir müssen verstehen, es geht hier um eine Vision. Das Wort Gesicht bedeutet Vision. Also er sah diesen Engel in einer Vision. Aber selbst in dieser Vision wird dieser Engel als etwas beschrieben, was nicht mit einem gewöhnlichen Menschen verglichen werden kann. Und als ich Daniel dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, sehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mensch. Und wie wir noch sehen werden, oder wie ein Mann. Auch das ist jetzt Teil der Vision. Da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Also sagt man jetzt, okay, das ist also jetzt ein Engelwesen, der aussah wie ein Mann. Nun, lesen wir weiter. Und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulai rufen und sprechen, Gabriel, also dieser Mann hier ist Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er es versteht. Vers 17. Und Gabriel trat nahezu mir. Derselbe Gabriel, der nachher zu Elisabeth geschickt werden würde, der nachher zu, oder Zacharias, vielmehr, und dann nachher auch zu Maria. Und Gabriel trat nahezu mir. Und ich erschrak aber, als er kam, also das sah nicht wie ein gewöhnlicher Mann aus, und fiel auf mein Angesicht. Und er sprach zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und als er zu mir redete, da sank ich in Ohnmacht, zur Erde, auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, sodass ich widerstand. Also diese Erscheinung war so gewaltig, dass Daniel sogar in dieser Vision in Ohnmacht fiel. Und dann lesen wir in Vers 27. Und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Und danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König. Diese Erscheinung war so gewaltig, dass Daniel total erschöpft war und sogar einige Tage krank war. Verstehen wir, warum wir uns nicht von uns aus auf solche Erscheinungen einlassen sollten, selbst wenn es die richtigen wären? Das war eine gewaltige Erscheinung, die hier dem Daniel gegenüber offenbart wurde. Und schauen wir uns Kapitel 9 an und Vers 20 und 21. Das sagt uns nun nicht deutlich, dass es auch bei dieser Erscheinung um eine Vision sich gedreht hat. Offenbarung Kapitel, äh, Daniel Kapitel 9 und in Vers 20. Und als ich noch so redete und betete und mein und meines Volkes Israels Sünde bekannte und mit meinem Gebet vor den heiligen Berg meines Gottes, vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete, Vers 21, in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht, schauen Sie, gesehen hatte. Den ich zuvor im Gesicht, also in dieser Vision gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Also hier erscheint der Gabriel erneut. Er wird wiederum als ein Mann beschrieben, aber wie gesagt, nicht als ein gewöhnlicher Mann. Und der flog. Nun, das bedeutet nicht unbedingt, dass er Flügel hat, denn als Geistwesen braucht man keine Flügel, um zu fliegen. Es könnte allerdings in der Tat der Fall sein, das wird nicht gesagt. Der Gabriel wird, abgesehen von dieser Stelle hier, die wir gerade gelesen hatten, noch in einer weiteren beschrieben. Aber auch da wird nichts von Flügeln gesagt, aber es wird wiederum deutlich gemacht, wie mächtig dieses Geistwesen ist. In Daniel Kapitel 10. Hier wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es sich hierbei um Gabriel gehandelt hat, aber da nun bereits Gabriel zweimal dem Daniel erschienen ist, ist die Vermutung naheliegend, dass hier wiederum es Gabriel ist, der wiederum Daniel erscheint. Und so lesen wir in Daniel Kapitel 10, die Verse 5 bis 9. Ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinende Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer, und seine Rede war wie ein großes Brausen. Kein Wunder, dass Daniel in Ohnmacht fiel, als er diese Erscheinung sah. Vers 7. Aber ich, Daniel, sah dies Gesicht allein, also das war wiederum eine Vision, und die Männer, die bei mir waren, die sahen es nicht, doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Und ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz. Und ich hatte keine Kraft mehr. Vers 9. Und ich hörte seine Rede und während ich sie hörte, da sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Wiederum. Schauen Sie, diese Erscheinung war so gewaltig, selbst in dieser Vision, dass Daniel sogar wiederum ohnmächtig wurde. Es geht hier um Gabriel scheinbar, aber dieser Gabriel sieht sehr gewaltig aus, obwohl er so die Formen scheinbar eines Mannes hat. Und es gibt weitere Berichte in der Bibel, die Engel beschreiben, die sich als Männer manifestieren, aber auch wiederum nicht unbedingt als gewöhnliche Männer. Nun, es gibt eine Stelle, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, die uns sagt, dass manchmal sogar Engel erscheinen können, in einer Weise, dass wir sie gar nicht erkennen als Engel. Aber wenn sie sich in ihrer wirklichen Form manifestieren, dann sehen sie ganz anders aus. Schauen wir uns dies einmal an in Buch Lukas. Lukas Kapitel 24, die Verse 4 und 5. Lukas Kapitel 24, Lukas Kapitel 24, und die Verse 4 und 5. Es geht hier um die Auferstehung Jesu Christi. Es geht darum, dass die Frauen zum Grab gingen, und da fanden sie den Leichnam nicht. Vers 4, Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Aber nicht nur das, sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Also diese Männer, also diese Männer waren natürlich Engel, wie wir aus anderen Stellen wissen, die waren keineswegs gewöhnliche Männer. Die Frauen erschraken, als sie sie sahen. Sie verstanden, dass es sich hier aber nicht um gewöhnliche Männer gehandelt hat. Der Parallelbericht im Johannes-Evangelium sagt uns in Kapitel 20, Johannes Kapitel 20, die Verse 11 und 12. Johannes Kapitel 20 und die Verse 11 und 12. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, da schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Also hier wird klar und deutlich gesagt, dass es sich bei diesen Männern um Engel gehandelt hat. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und es gibt noch einen weiteren Parallelbericht im Markus-Bericht, in Markus Kapitel 16. Und schauen wir uns auch den kurz uns an. Markus Kapitel 16. Und zunächst einmal in Vers 5. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling. Also hier wird dieser Engel als ein Jüngling identifiziert, also scheinbar ein junger Mann, zur rechten Sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Nun, sie entsetzten sich nicht nur, weil hier dieser Engel dort saß, sondern auch darüber, wie er aussah. Und dann in Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Nun, wenn wir an die Erscheinung denken, die Daniel in der Vision sah, dann können wir verstehen, warum die hier voller Entsetzen waren. Wir finden auch einen weiteren Bericht in Matthäus Kapitel 28. Über die Erscheinung eines Engels, der zwar als Mann auftritt, aber keineswegs wie ein gewöhnlicher Mann aussieht. Matthäus Kapitel 28, angefangen in Vers 1. Matthäus Kapitel 28, angefangen in Vers 1. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, nebenbei gesagt, wörtlich heißt es hier jetzt, dann aber die Sabbate vorüber waren, denn es geht hier um den jährlichen Sabbat innerhalb der Woche und dann den wöchentlichen Sabbat. Und schauen Sie, und der Tag der Woche anbrach, der erste Tag der Woche, also Sonntag, aber der brach an mit Sonnenuntergang zu Ende des Sabbats. Es geht hier also um einen Zeitpunkt, keineswegs Sonntagmorgen, sondern, wie wir das heute sagen würden, Samstagabend nach Sonnenuntergang. Aber das nur als nebenbei Bemerkung. Als aber die Sabbate vorüber waren und der erste Tag der Woche anbrach, da kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grabe zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Und dann in Vers 8. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. Also diese Erscheinung war natürlich in diesem Sinne in Anführungszeichen furchterregend und es war einer dieser Engel, die also auch in den anderen Berichten erwähnt werden. Und so sehen wir, dass es sich bei diesem Engel keineswegs nur um einen gewöhnlichen Mann gehandelt hat, der so aussah wie ein gewöhnlicher Mann, obwohl er hier als ein Mann, scheinbar als ein Jüngling beschrieben wird. Nun, es gibt eine weitere Stelle im Buch Ezekiel, Kapitel 40. Auch hier wird wiederum ein Engel beschrieben, der wie ein Mann aussieht in diesem Sinne, aber keineswegs wie ein gewöhnlicher Mann. Ezekiel, Kapitel 40 und in Vers 3. Ezekiel, Kapitel 40 und Vers 3. Und als er mich dorthin gebracht hatte, siehe, da war ein Mann, der war anzusehen oder anzuschauen wie Erz. Vielleicht ein Erzengel. Und er hatte eine leinende Schnur und eine Messrute in seiner Hand und stand unter dem Tor. Also das war ein Engel, der scheinbar große Macht hatte, der war anzusehen wie Erz. Wie gesagt, das sind Visionen, die diese Menschen hatten, die ihnen Engel in ihrer wahren Gestalt angedeutet haben. Und wie gesagt, bislang hatten wir über Engel gelesen, die sahen so aus wie Männer. Natürlich nicht wie gewöhnliche Männer, aber es gibt eine Stelle zumindest in der Bibel, die in der Tat anzudeuten scheint, dass Engel auch aussehen können wie Frauen. Nun, die überwiegende Anzahl und Mehrzahl der Bibelstellen beschreibt Engel, die in menschenähnlicher Form erscheinen als solche, die wie Männer aussehen. Aber hier im Buch Zacharia, schauen wir uns dies kurz einmal an. Zacharia Kapitel 5 gibt es eine interessante Stelle, die, wie ich sagte, scheinbar andeutet, dass eben auch Engel wie Frauen aussehen können. Zacharia Kapitel 5 angefangen in Vers 9. Zacharia Kapitel 5 und angefangen in Vers 9, auch das ist natürlich eine Vision. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, zwei Frauen traten heran und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchenflügel und sie trugen die Tonne zwischen Erde und Himmel dahin. Und ich sprach zum Engel, der mit mir redete, wo tragen diese die Tonne hin? Und er sprach zu mir, dass ihr ein Tempel gebaut werde im Lande Shinar und sie dort aufgestellt werde. Shinar, eine andere Bezeichnung für Babylon. Es geht hier um eine Prophezeiung, die noch in Erfüllung gehen wird, wenn nämlich das alte Babylon sich noch einmal in seiner größten Form erneuern wird und zwar in Europa. Aber hier werden zwei Frauen beschrieben, die eben Flügel hatten. Das waren keine gewöhnlichen Frauen und so kann diese Stelle andeuten, dass in der Tat auch einige Engel aussehen wie Frauen. Wie ich sagte, wenn Engel Menschen erscheinen, tun sie das manchmal, manchmal in einer Weise, dass sie nicht als Engel erkannt werden können. Das ist auch vielleicht überraschend für einige, aber schauen wir uns diesen biblischen Beleg an in Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13 und lesen wir Vers 2. Hebräer Kapitel 13 und Vers 2. Da sagt Paulus, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Einige haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und wir hatten ja bereits in der letzten Predigt, im letzten Bibelstudium gesehen, dass Abraham von dem Gottesalten Testament ist, der kein anderer war als Jesus Christus und zwei Engeln besucht wurde und diese zwei Engel gingen nachher dann nach Sodom und Gomorrah, aber es waren Männer, die scheinbar nicht als Engel erkannt wurden, denn diejenigen von Sodom und Gomorrah, die wollten mit denen ja sogar geschlechtlichen Verkehr betreiben. Also in der Tat ist es möglich, dass Engel auch heute uns gegenüber erscheinen und dass wir sie als Engel erkennen können. Warum das Gott tut, das müssen wir dann Gott fragen, vielleicht um uns zu prüfen, um zu sehen, wie in diesem Falle gastfrei wir sein wollen, hilfsbereit wir sein wollen gegenüber Menschen, die sich eben aber als Engel manifestieren würden, wenn sie sich eben zu erkennen geben würden. Nun, ich möchte jetzt beginnen, ich glaube nicht, dass ich das heute noch zu Ende bringen kann, aber ich möchte jetzt beginnen, von Engeln zu sprechen, die sich in ganz anderer Form manifestieren. Nicht als Männer, wie auch gesagt, natürlich nicht sehen die Männer richtig aus, aber haben menschenähnliche Formen, aber es gibt viele Engel, die laut Bibel tierähnliche Formen haben. Nun, wir hatten das eben ja bereits gelesen, in der Stelle in Offenbarung Kapitel 4, es ging da um diese vier Gestalten, die sahen aus wie, eine sah aus wie ein Löwe, eine sah aus wie ein Stier, eine sah aus wie ein fliegender Adler, und eine hatte das Antlitz eines Menschen, aber da es eben nur das Antlitz eines Menschen hatte, liegt die Vermutung nahe, dass die weitere Form dieses Engelwesens eben nicht so aussieht wie ein Mensch, aber vielfach werden Menschen oder vielmehr Engel beschrieben, die Pferdeähnliches Aussehen haben. Nun, das ist auch wichtig zu begreifen, Pferde, physische Pferde sind der Engelwelt nachgebildet. Zuerst gab es die Engel, und dann gab es die physische Welt. Im zweiten Buch Könige finden wir eine interessante Stelle darüber, eine Stelle, die uns allen glaube ich bekannt ist, aber schauen wir uns noch einmal genau an, was diese Stelle uns besagt. Es geht hier um die sogenannte Himmelfahrt des Elia, aber der Elia ist keineswegs in den dritten Himmel gefahren, in dem Himmel, wo Gott wohnt. Die Bibel unterscheidet hier zwischen drei Himmeln, die Atmosphäre, das Universum, und dann die geistige Himmelswelt, wo Gott wohnt. Der Elia wurde lediglich von einer Position hier auf Erden zu einer anderen Stelle hier auf Erden transportiert, und das kann man auch daraus ersehen, dass nachdem die Himmelfahrt so in Anführungszeichen geschehen ist, ein Brief, von dem Elia ankam, der lebte also noch irgendwo. Und die Jünger, interessanterweise, von Elia gingen auch davon aus, dass er irgendwo anders hin transportiert wurde. Und schauen wir jetzt aber nun an den zweiten Königin, Kapitel 2, angefangen in Vers 11. Und als sie, also der Elia und sein Nachfolger, der Elisa, als die miteinander redeten, oder miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wetter, also in einem Wirbelsturm sozusagen, gen Himmel, aber nicht den dritten Himmel, da gibt es keine Wirbelstürme, sondern es geht hier darum, dass er transportiert wurde von einem Ort, der Erde zu einem anderen Ort hier auf Erden, durch diese feurigen Rossen, die eben feurige Wagen lenkten oder nach sich zogen. Vers 12, Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann und sei nicht mehr. Und erfasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke. Nun, das ist nicht die einzige Stelle, wo Engelwesen hier mit feurigen Rossen, aber es sind feurige Rosse, beschrieben werden. Es gibt eine weitere Stelle, im zweiten Buch Könige Kapitel 6, zweiten Buch Könige Kapitel 6, angefangen in Vers 15. Hier geht es jetzt um Elisa und seinen Knecht, seinen Knecht Gehasi, aber der Knecht, der hatte Angst, weil nämlich, die waren jetzt von Armeen umzingelt. Aber der Elisa, der hatte keine Angst, denn der hatte bereits in einer Vision etwas gesehen, was der Gehasi noch nicht gesehen hatte. Aber schauen wir uns nun an, was geschieht. In zweiten Könige Kapitel 6, angefangen in Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Und er sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Und er sprach, Vers 16, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Also hier beschützte Gott Elisa und seinen Knecht durch Engelwesen, machtvolle Engelwesen und die sahen aus wie feurige Rosse wiederum. Schauen Sie, auch heute finden wir manchmal Schutz bei Gott durch seine Engel, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Wie viele Male haben wir uns in Situationen befunden, die aussichtslos die scheinbar aussichtslos waren und gleichwohl sind wir irgendwie aus dieser Situation herausgekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal hier total vom Feuer umgeben waren und wir hatten auch gar keine Möglichkeit uns hier aus unserem Haus noch zu entfernen. Da gab es gar keine Straße mehr, die frei war. Und so haben wir bevor wir ins Bett gingen gebetet, dass Gott uns beschützen würde und am nächsten Tag waren die Feuer verschwunden. Und ich meine, Sie können vielleicht auch viele dieser Episoden sich in Ihrem Leben nachvollziehen. Vielfach wirkt Gott durch seine Engelwelt und wie wir noch sehen werden, gibt es in der Tat Schutzengel. Aber das ist ein Thema für eine weitere Predigt. Diese feurigen Rosse werden möglicherweise auch in anderen Stellen der Bibel beschrieben. Kehren wir zum Buch Zecharia zurück. Zecharia und zwar Kapitel 1. Zecharia Kapitel 1 angefangen in Vers 8. Zecharia Kapitel 1 und ich lese die Verse 8 bis 11. Da heißt es im Buch Zecharia Kapitel 1 angefangen in Vers 8. Ich sah in dieser Nacht und siehe ein Mann saß auf einem roten Pferde und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde und ich sprach mein Herr wer sind diese und der Engel der mit mir redete der sprach zu mir ich will dir zeigen wer diese sind Vers 10 und der Mann der zwischen den Myrten hielt antwortete diese sind es die der Herr ausgesandt hat die Lande zu durchziehen sie aber antworteten dem Engel des Herrn der zwischen den Myrten hielt und sprachen also diese Rosse sprechen jetzt wir haben die Lande durchzogen und siehe alle Lande liegen ruhig und still hier werden scheinbar Engelwesen beschrieben einer sieht aus wie ein Mann andere sehen aus wie Pferde und denken wir auch daran dass die sieben Geister Gottes in alle Lande geschickt werden die Lande durchziehen und dann Gott Bericht geben in Zachariah Kapitel 6 lesen wir die Verse 1 bis 8 Zachariah Kapitel 6 angefangen in Vers 1 ich hob meine Augen abermals auf und sah und sah und sah da waren vier Wagen die kamen zwischen den zwei Bergen hervor und die Berge waren aus Kupfer am ersten Wagen waren rote Rosse am zweiten Wagen waren schwarze Rosse am dritten Wagen waren weiße Rosse am vierten Wagen waren scheckige Rosse allesamt stark und ich hob an und sprach zum Engel der mit mir redete mein Herr wer sind diese und der Engel antwortete und sprach zu mir es sind die vier Winde also keine gewöhnlichen Rosse es sind die vier Winde unter dem Himmel die hervorkommen nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande schauen sie es sind also Engelwesen die vor Gott gestanden haben die jetzt von Gott in alle Lande geschickt werden und die dann zurückkommen um Bericht zu erstatten die schwarzen Rosse ziehen nach Norden die weißen ziehen nach Westen und die Schäckigen ziehen nach Süden Vers 7 und die starken Rosse wollten sich aufmachen um die Lande zu durchziehen und er sprach geht hin und durchzieht die Lande und sie durchzogen die Lande und er rief mich an und redete mit mir und sprach siehe die nach Norden ziehen lassen meinen Geist ruhen im Lande des Nordens also hier werden diese Engelwesen ganz spezifisch auch von Gott in gewisse Gegenden gesandt um dort gewisse Dinge zu tun nun behalten Sie hier Ihren Finger im Buch Zachariah da kommen wir gleich zurück aber ich möchte kurz eine Stelle hier lesen im Buch Offenbarung Kapitel 5 Offenbarung Kapitel 5 und Vers 6 Offenbarung Kapitel 5 und Vers 6 da heißt es da heißt es nämlich wiederum ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet es hatte sieben Hörner und sieben Augen das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande also hier wiederum werden die sieben Geister Gottes als die sieben Augen beschrieben die in alle Lande gesandt sind wie diese Pferde hier in alle Lande geschickt werden diese Lande zu durchziehen nun kehren wir zum Buch Zacharja zurück in Kapitel 3 und Vers 9 Zacharja Kapitel 3 und Vers 9 da heißt es siehe auf dem einen Stein den ich vor Jeschua hingelegt habe sind sieben Augen wir hatten gerade über diese sieben Augen gelesen siehe ich will auf ihm eine Inschrift eingraben spricht der Herr Zebaoth und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag nun das ist der Tag wenn Christus zurückkommt möglicherweise auch der Tag an dem er starb und für uns ein Opfer wurde wenn wir sein Opfer anerkennen und lesen wir jetzt in Kapitel 4 und in Vers 10 denn wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet hat wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Seobabels Hand jene sieben sind des herren Augen die alle Lande durchziehen oder wie die Elberfelder Bibel es übersetzt die die ganze Erde durchlaufen es sind diese sieben Augen scheinbar in zweiten Chronik Kapitel 16 und Vers 9 können sie auch eine weitere Stelle lesen über diese sieben Augen diese sieben Geisteswesen die alle Lande durchziehen die ganze Erde durchlaufen und es heißt auch im Buch der Sprüche in Kapitel 15 und Vers 3 und auch diese Stelle mögen sie sich vielleicht später einmal anschauen Sprüche 15 und Vers 3 dass die Augen des Herrn wie es jetzt in der Zürcher Bibel heißt böse und Gute überwachen diese Augen des Herrn das muss man sich jetzt richtig vorstellen manchmal denkt man nicht daran dass hier mit den Augen des Herrn symbolisch gesehen die sieben Augen die sieben Geisteswesen die sieben Engelwesen gemeint sein könnten die überwachen Böse und Gute die Tatsache dass Engel nämlich auch Wächter sind wird auch in anderen Stellen deutlich im Buch Daniel Daniel Kapitel 4 Daniel Kapitel 4 da hat nämlich der Nebukadnezar einen Traum gehabt eine Vision oder einen Traum in Daniel Kapitel 4 angefangen Vers 13 Daniel Kapitel 4 Vers 13 und in diesem Traum dieser Vision ergibt sich folgendes heißt nämlich das menschliche Herz das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden und sieben Zeiten oder sieben Jahre sollen über ihn hingehen also dieser Nebukadnezar der hatte sich ja gegen Gott überhoben der war nicht demütig genug und so wurde er für sieben Jahre man könnte sagen wahnsinnig und hat unter den Tieren gelebt Vers 14 Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen damit die Lebenden erkennen dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann wem er will und einen Niedrigen darüber setzen es geht hier um Wächter um Heilige es geht hier um die Heiligen Engel die über die Menschen wachen zumindest einige der Menschen in Daniel Kapitel 4 lesen wir auch Vers 10 um nochmal den Zusammenhang zu sehen denn das hatte der Nebukadnezar in diesem Traum in diesem Gesicht gesehen das heißt ich sah ein Gesicht auf meinem Bett und sie ein heiliger Wächter vor vom Himmel herab auch hier wird wiederum deutlich dass dieser Engel ein heiliger Wächter war es scheint dass diese Wächter zumindest die sieben Augen des Herrn beinhalten die durch alle Lande ziehen um Bericht zu erstatten nun die sehen aus wie fair scheinbar wenn wir uns diese Stelle nochmal im Buch Zacharia vergegenwärtigen und das ist interessant denn zum Abschluss von der heutigen Predigt möchte ich noch auf eine weitere Stelle eingehen die auch sehr missverstanden wird in Offenbarung Kapitel 19 denn es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi und schauen wir uns an wie Jesus Christus und seine Wiederkunft beschrieben wird im Buch Offenbarung in Offenbarung Kapitel 19 und Vers 11 auch hier sieht das Johannes das nächste Mal in einer Vision ich sah den Himmel aufgetan und sehe ein weißes Pferd ein weißes Pferd nun da er die Wiederkunft Christi beschreibt der aus dem Himmel kommt ist es klar dass es sich hierbei um kein gewöhnliches Pferd handeln kann aber wir wissen ja bereits dass Engel Pferde ähnliches Aussehen haben können und so sieht also hier Johannes den Christus Jesus Christus der auf einem weißen Pferd auf einem Engelwesen kommen wird und der darauf saß der hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit und seine Augen sind wie in einer Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trug einen Namen geschrieben den niemand kannte als er selbst und er war angetan mit einem Gewand das mit Blut getränkt war und sein Name ist das Wort Gottes offensichtlich natürlich Jesus Christus hier wird hier beschrieben aber schauen sie nun sich Vers 14 an und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden angetan mit weißem reinem Leinen nun wir hatten gesehen Engel können Menschen ähnliches Aussehen haben wir hatten gesehen Engel können Pferde ähnliches Aussehen haben und was hier beschrieben wird ist die Tatsache dass Christus mit seinen heiligen Engeln wie er das ja auch mehrfach betont zurückkommen wird er selbst wird auf einem Engelwesen reiten das wie ein Pferd aussieht und menschenähnliche Engel werden auf anderen Engelwesen reiten die wie Pferde aussehen das ist hier mit dieser Beschreibung gemeint und es sind die heiligen Engel die Christus dann aussenden wird um diejenigen die gestorben sind und die dann auferweckt werden zu Christus zu bringen unter anderem wir haben wir haben also heute bereits schon gesehen wie einige der Engelwesen beschrieben werden aber es gibt noch sehr viel mehr dazu zu sagen und wir werden in der nächsten Folge uns weiter auf das Aussehen der Engelwesen einlassen wie es in der Bibel beschrieben ist und werden dann beginnen was auch eine sehr wichtige Frage ist uns die Frage zu stellen und zu untersuchen und zu beantworten warum Engel erschaffen worden sind und was ihre Funktion ist für uns heute ihre Bedeutung für uns heute warum sind diese Ausführungen die wir hier in der Bibel gelesen haben so wichtig für uns heute so bedanke ich mich heute für ihre Aufmerksamkeit und verbleibe hier Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes und die hier in der Kirche in der Kirche mit